Das sind die anderen Schüler. Ginger? Hallo! Meiling? Herzlich Willkommen. Ich hoffe, wir arbeiten gut zusammen. Und das ist Spike. Hi. Freut mich. Die Pause ist vorüber. Zurück in die Klasse. Der Direktor möchte mit Ihnen sprechen. Liebe Schüler, ich freue mich heute Nicole Obroff bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Leute. Ich weiß, dass dieses Jahr für euch etwas ganz Besonderes ist. Ich möchte euch dabei so gut es geht unterstützen. Und jetzt zum Stundenplan. Spike, diese Taste hat meinen Computer ausgeschaltet. Du musstest mir ja nicht glauben.